Wahrhaft königlich. Und dann kommt wieder schöne, wiegende, beruhigende Hirtenmusik, gespielt von den Opponen, von Jürgen, Irene, Florian und Isabel. Das ist dann wieder die Musik der Hirten, um das Jesuskind in den Schlaf zu wiegen. Jetzt kommen noch mehr Holzbläser dazu, die Flöten, Alexandra und Christiane und das Fagott, der Till. Und die Streicher machen auch mit.